Was geht ab, ihr Pessewings? Mein Name ist Holger. Willkommen bei Hotbox. Jo Leute, schön, dass ihr einschaltet. Da ich über dem Video sehr leise geredet habe und in dem Moment aufgestanden bin, konnte ich nicht so laut reden. Deswegen nehme ich die Videoaufnahme so auf. Auf jeden Fall kommen wir zum Thema. Wir haben die Stadt München besucht und es ging um das Thema Augenbrauen und Transplantation. Wir haben da paar Fragen gestellt, mit dem Arzt gequatscht und dies weiteres werdet ihr auf jeden Fall da sehen. Lange möchte ich nicht reden. Schaut es einfach an und dann werdet ihr mehreres erfahren. Viel Spaß! Das ist auf jeden Fall meine Hot und so schaut die Gegend aus. Ich würde gern hier weiteres erzählen, aber die Zeit habe ich nicht. Und das hatte ich im Video gesagt. Oke Państw! every an rig Leider muss ich jetzt diesen Auto verlassen, weil ich bin hier schon spät dran und irgendwann wird hier diese schöne Gegend nochmal richtig nahe bekommen. Echt schöne Gegend hier, wird auf jeden Fall sehen. Muss auf jeden Fall jetzt los. U-Bahn verpasst. Ich weiß nicht in dem Moment, warum ich sowas gesagt habe. Keine Ahnung, warum ich sowas gesagt habe. Und für diese Aktion entschuldige ich mich. Natürlich nicht! Es waren voll die komischen Gestalten. Ihr habt zwar es nicht gesehen, aber einfach... Oh mein Gott! Ich war so froh, dass ich dort weg war. Gott sei Dank! Und ich bleib bei meiner Meinung. Echt komische Gestalten. Ohne Scheiß! Ich bin jetzt. 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 So, wir sind in München angekommen und ist relativ voll hier, wie ihr seht, echt eine geile Stadt, komische Menschen, aber in wenigen Stunden bin ich auf jeden Fall in der Klinik So Leute, ich habe mir auf jeden Fall ein leckeres Mozzarella Brötchen gegönnt und jetzt sind wir wahrscheinlich dann erst um 15 Minuten dort, 15 Minuten von Hauptbahnhof und Kürtel, relativ sehr nah, ist nicht so weit, aber ja, schauen wir uns mal ein bisschen die Stadt an, um 15 Minuten. So Leute, ich bin auf jeden Fall jetzt angekommen zum Sendlinger Torplatz 7 und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was auf mich zukommen wird und ja, wir lassen uns dann auf jeden Fall überraschen. Wir sind wieder in Nürnberg, beziehungsweise ich bin zu Hause. Ja Leute, erstmal sorry, dass meine Stimme so schlecht war, deswegen nehme ich das Video kurz mal so auf. Beim nächsten Mal werde ich viel mehr Gas geben und mich richtig bemühen, die Tore nochmal richtig zu machen. Deswegen habt bitte Verständnis und hört euch es so gut wie möglich an. nochmal vielen herzlichen Dank, ihr Persewengs. Wir haben schon wieder gesagt, alle Fakten gesagt, wir haben gemeint, die Frünschkeitsmacht. Aber, was meint, für große Reise wollen, soll ich schon immer selbst nachdenken. Weil, die Nachteile sind Vorteile und auch die Vorteile, ja. Und ich habe da schon eine Auge genommen, ein bisschen wiesen. Aber, also wirklich, perfekt gesagt. Das ist mein einziges Vorsteil. Das muss die Nachteile, ja. Ich wüsste, wie es gesagt hat, meine Lage. Zorn und Kraft sind jeweils links und rechts. Ein Kraft. Ich spiele hier ungefähr zwischen 3.000 bis 3.000 Euro Euro. Heißt, ich müsste 3.000 Euro Euro investieren, damit ich schon auch, da müsste die Nachteile und 2.000 Euro abbasieren. Dann haben wir die Botee 1 bis 5.000 Euro. Ja, das ist 2 bis 5.000 Euro. Ich sage jetzt, dass wir 2 bis 5.000 Euro sind. Und, 3.000 Euro Euro. 3.000 Euro Euro kann ich sagen. Wenn ich weg. Nächster Nachtreich. Ja, ich würde mich. Wo ich jetzt ein bisschen älter sein sollte. Ja. Mein alte Wert. 60, 60. Da haben wir mal eine sehr schwächende Übersetzung. Ja, genau. Die Auge haben uns, was ich so vorstellen. Das ist nicht immer noch mal Auge. Die Auge haben wir. Da wachsen ja ganz normal. Und dann kann ich irgendwer aufwachsen müssen, ich gehe eigentlich an, aber wirklich nicht. Sprich, wenn die Sachen da vorne eingefachsen sind, wachsen nicht alle gleich wie ich so. Die normalen Haupen wachsen immer so an. Und wir das nicht wirklich, weil es einfach so wachsen. Und so wachsen. Und ich würde dann eben nicht lenken, wie das natürlich in den Haaren. Sprich, ich müsste alle, keine Ahnung, zwei, drei, nächstes Tage, oder zwei Tage, und ich weiß nicht, was ich weiß nicht, aber wirklich gut. Jeden Heimer in der Woche, wie immer, in der Schadenrechner, ich stelle mich vor, ich werde dann 60 oder 70. Wie Leute jetzt alleine machen, ich nehme mal, ich sehe, ich nehme mir an. Das heißt, ich schaue dann theoretisch aus wie Tio Weige. Tio Weige, steht ihr auf dem Bild da oder da? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also ein bisschen waschen. Ich bin auch wöschiger. Ich werde älter. Ich kenne es jetzt nicht so, aber im jungen Alter macht man das. Also es ist scheißegal. Und da hat er mir dann gesagt, es ist deine Entscheidung, wenn es echt soweit kommen muss, solltest du es machen. Aber bevor es soweit kommen sollte, gibt es eine Option, dass ich überraschungsgespräch war. Habe es auch gezahlt. Es geht kein Scheißlaber. Gibt es jetzt diese Option. Es nennt sich M2 Beauty Eyebrow Renner Wing Zero. So schaut es aus. Ich habe das jetzt vor paar Tagen angefangen anzuwenden. Das soll irgendwie heilen. Wahrscheinlich 80% des Dinges soll erfolgreich sein. Also das heißt, wenn sie ungefähr so sind, kann es sein, dass die dann dicker werden. Das heißt, ich brüchte dann nicht 3.000 oder 3.000 Euro zu zahlen. Sondern einmalig dafür, ich sage jetzt mal eine Zahl, war ungefähr so 85 Euro. Ich habe mir jetzt mal 2 Stück gekauft. Also 2 von D. Und darüber werde ich auch ein Video machen. Ich bin wahrscheinlich dauer. Es wird wahrscheinlich 2, 3, 4 bis 6 Wochen dauern. Weil ich werde es halt testen. Also soll da heißen, dass es erst nach dem einen Monat fallen. Ich muss sagen, was sehen wird. Und ich habe es halt seit paar Tagen nützliches. Und am Montag eigentlich geht es sich damit an. Ich werde auf einmal die Woche sein Video drehen. Und dann sieht er die Ergebnisse. Also was ich damit sagen möchte. Da hat es zwar relativ gut. Aber ehrlich gesagt, da könntest du dich gleich nur ok machen. Sondern der ist ein Crash. Aber er sagt, versuch es erst mit denen hier. Wenn das nicht helfen sollte, lässt du es halt dem Flachbehen. Also könntest du, sei es hier, oder deine Entscheidung im Ausland genauso, dass es auch billiger. Aber er hat jetzt keinen Bock, die lange gefahren ist, einzubanken und zu liegen. Was auch immer. Ich fand es cool. Er ist halt zu mir. Versuch es mal. Ich sage mit Freuen mal. Ich benutze das. Und darfst du über das Lesen. Wenn ihr nochmal genau sehen wollt. Wie ihr es versucht. Und werden das nochmal testen. Ja, falls euch das Video gefallen hat. Lasst einen Daumen da. Lass einen Daumen da. Und gib nicht jedes Mal ein Display. Jedes Mal ein Scheiß-Video hoch gerade. Gib dir mal ein Display. Das gibt noch ein Sack. Was los mit euch, Alter. Gebt es euch. Auf jeden Fall. Gib dir ein Like da. Einen Daumen. Abonniert. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bei der Reise. Alles mit denen zu haben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Dein Daumen. Ciao. Jo Leute. Seht mal, wie ich in München entdeckt habe.